ich warte auf den nächsten stein der mich treffen will bleibt mal unter dir das hört sich groß an ok ja das war ja das war zu erwarten ich dachte eigentlich am anfang zu ausgesehen als ob mich das teil gar nicht trifft und dann hat sich das teil ein bisschen gedreht und dann war ja nicht doch ich habe Das macht ja Spass. Ah, warum auch immer. Und zurück. So, gut. Hallo, spring endlich rüber, du blöder... Jetzt. Gut. Kann man hier noch irgendwas anders machen? Ah, ich weiss was. Was? Tase. Ja, stimmt, du hast ja recht. Ja, logisch. Ja, schau mal. Soll ich rüber... Willst du zuerst? Also ich halte es mal den ganzen Moment. Okay. Mit Q, oder? C war es bei mir. Ach so, ja C, stimmt. Ja, okay. Ja, jetzt noch nichts. Jetzt nützt nichts, ja. Aber logisch, ja. Jetzt bitte. Ja, toll. Kommt das Ding schon zurück? Nee. Ah, jetzt hab ich... Geht's? Ja. Ja, ich hab's. Aber ich... Kann's nicht von hier unten. Du musst selber mit Stase. Kann nicht nach unten zielen. Ach so, ja. Ist logisch. Vielleicht kann ich von oben und ich versuch's mal. Ja, natürlich. Ich rutsch... Ich kann's... Ich kann's mit Stase. Ich bin ausgerutscht vorhin. Hab's. Okay, Moment. So, jetzt geht's. Gut. Hat gepasst. Bin da. Bist du... Okay. Irgendwie ist hier ziemlich glitchig, aber... ich komm hier kaum hoch. Das geht. So. Bin da. Geschafft. Puh. Meine Fresse. Stase wäre vielleicht etwas höher. Ja. Aber wir haben es so lange nicht mehr einsetzen müssen. Stimmt. Hier grunzt was. Ja. Genau. Direkt vor uns auch. Ich hab' die Kiste an dem Monster geöffnet. Ich wär' gleich umgefallen. Wow. Was war das? Kommt was von hinten? Kommt was von hinten? Äh. Spritzt etwas Blut? Ich hab' die Kiste an dem Monster geöffnet. Was war das? Der Spuck. Was rum? So. Sind noch totgetramtelt? Jo. Oh. Ah, wieder so eine Leiter hier. Ah. Sorry. Teamwork. Ja. Im Team sich... sich äh... sabotieren. Team Sabotage. Komm jetzt. Ich habe die Winde gefunden. Und schalte sie jetzt ein. Wollte ich auch grad. Nein. Oh. So langsam. So. Läuft. Wieso nicht? Sehen Sie nicht nach unten. Was kommt als nächstes? Naja. Wir wissen jetzt, dass wir eine Art Schlüssel brauchen, um die Maschine abzustellen. Die Forscher nannten ihn den Prodex. Okay. Und wo ist der? Wir müssen einen herstellen. Und warum machen wir das? Wie sie es vor 200 Jahren gemacht haben. Mit Rosettas Vorschussarbeit. Oh. 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 von den Lampen umleiten. Moment. Ähm. Wir müssen da was bei dem Generator machen, oder? Aber es geht ja noch nicht wirklich. Hm. Eine von den Sicherungen ist durchgebrannt, aber. Da oben. Beim Licht. Irgendwann eine Ersatzsicherung. Ach so. Ah. Hier ist das. Da oben wahrscheinlich. Hast du sie? Aber hier ist irgendetwas, was man machen wollen könnte, aber irgendwie geht's nicht. Da oben. Blau. E-drücken. E-drücken. Mhm. Kann bei mir nicht. Ach, es ist wieder irgendwas vom Strom. Lichtwind. Ach so. Was ist wieder das? Wo finden wir ihn denn? Oh. Okay. Das war nichts. Hm. Grün. 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 Äh. Ja. Ich bin ein bisschen planlos hier am rumstöpseln. Okay. War auch nicht richtig. Ich hab das Prinzip irgendwie nicht verstanden von dem Ding da. Beides muss auf grün sein? Ja, das schon, aber da hat's ja bloß Zahlen. Sind das in die Prozent, oder was soll das sein? Watt oder so. Okay. Höhere Zahl gleich mehr Leistung. Nicht hier rot, da drüben ist es. Und jetzt. Okay, ich versteh's nicht. Soll ich mal? Ja, ich versuch's noch schnell, aber... Ah, okay. Geht ja. Haha. Irgendwann erwischt man einen richtigen. Ah, da sind sie ja. Hm. Ich hab den ganzen Weg über geweint. Ich will endlich festen Boden unter den Füßen. Oh, Mann. Vergiss es. Ah, ja klar. So wie die getrödelt hat. Hm. Ja. Ja. Ballast abgeworfen. Ich hatte sie. Gott verflucht. Ich hatte sie. Ich hatte sie. Wir wären alle mit runtergerissen worden. Isaac. Das schläft auseinander. Geben sie mir endlich ihre Hand verdammt. Ich hatte sie versprochen. Ich hätte sie erreichen können. Hätte ich nur noch eine Sekunde gehabt. Haha. Ja, jetzt gehen wir ja zu hier. Oder ich. Immerhin weich gelandet auf Schnee. Isaac? Sie ist tot. Ally? Nein, Isaac. Die ganze Felswand rutschte ab. Du hättest sie nicht retten können. Könntet ihr jetzt wieder hochkommen? Ja, ich glaube es gibt einen Weg über die Seite. Ja, machen wir ja schon. Ich glaub das Spiel will ich, dass du mit Ally zusammenkommst. Ja. Ah, wir können wieder. Oh, eine Felswand. Endlich. Ach nee. Oh. Ja, okay, gut. Zuerst kümmern wir uns um unseren Freund hier. Diese Kackerlake hier. Mhm. Oh, wie schön. Ein herziges kleines Viechlein. Ah, der schwenkt wieder mit seinen Eiern drum. Wo denn? Jetzt. Ah, da kommen ja noch andere. Das ist großes abgefallen. Die kleinen Schwein... Schweinchen sind auch noch da. Hä? Machen Sie diese Harpunenkanone mit dem Generator wieder flacken. Harpunenkanone. Ich glaube wir müssen das Vieh nicht bekämpfen, sondern hier werden wir etwas machen. Ach so meinst du? Ja, haben Sie gerade gesagt. Ja, ich habe schon gehört. Eben das mit dem Harpunenkanone. Ähm. Ja, wo ist denn... Da war eine betätigt. Zu den Lasern. Ja, ich kann da gar nichts betätigen. Ja, ich habe eine betätigt. Okay. Ähm, wie feuere ich jetzt das Ding ab? Ich glaube wir müssen sie irgendwie reinlocken. Komm hier rüber. Moment. Das hat mich gerade... Ähm. Ja. Es läuft über mich drüber. Okay. Längst ab. Komm hier her. Ja, ich bin hier. Bin da. Es auch, ja. Siehst? Oh-oh, ich glaube es mag uns nicht. Jetzt. Ah, hast du das gemacht? Nein. Musst nur lang genug da reinhalten. Moment, ich kümmere mich kurz um die Kleinen hier. Hast du die jetzt ausgelöst, die... Ja. Ah. Ich habe das gar nicht so mitbekommen. Oh, es lebt. Es ist schon wieder weg. Losgelöst. Völlig losgelöst. Von den... Ähm... Käpten. Erdn war das. Ja. Ich weiß. Achso. Ich versuch das irgendwie umzumünzen. Oh na wohl. Ja, das ging ordentlich daneben. Ja. Ähm. Die sind wieder bereit. Wo löst man das? Ah, es muss einfach reinlaufen, oder was? Einfach reinlaufen lassen. Ah. Jetzt habe ich es geschnallt. Ja, geht das mal rein da? Ach, blöde Viecher. Ich bin gleich mal tot. Ist da kein Lebenspack mehr? Ne, alle ist schon gebraucht. Und jetzt? Müssen wir jetzt tun? Ah, ich kann dir keine geben. Ah, ich kann dir keine geben. Oh, toll. Oh Mist. Komm, rauf rein, blöde Vieh. Autsch. Ah, toll. Nochmal rein. Ja, ich komm. Ja, ich komm. Sollte ja irgendwann mal sterben, das Vieh. Alle guten Dinge sind drei. Geh mal etwas vor, um es abzulenken. Komm schon, dummes Pi. Ja. Lauf mal rein. Gibt es ja nicht. Sehr schön. Sehr schön. Und jetzt? Raufballern oder was? Geht es was zum Aktivieren? Ah, ah, ah. Nicht verfügbar. Ja, ich bin tot. Du müsstest mich wiederbeleben, ansonsten bin ich hin. Ich komm hier nicht durch, es ist ein Viecher. Ja, dann schaffen wir es wahrscheinlich nicht. Ah. Jo. Okay. Jo. 2 Sekunden länger überlebt und wir hätten es geschafft. Was musst du überhaupt tun? Ja, die Harpoon. Äh, nochmal betätigen, um das Vieh zu zerreißen. Ach so. Also dreimal müssen wir sie, oder was? Nein. Einfach da rein und da müssen beide von uns zu einer Harpoon laufen. Da kann man noch was betätigen. Aha. Toll. Oh. Blödes Vieh. Ja, lass mich doch in Ruhe. Ich will doch... So. Aktiviert. Wie hast du... Ah, mit Stase? Ja. Ach so. Mit Chinesen, oder? Ja, genau. Mit dem Chinesen. Mit dem Chinesen. Ah ja, toll. Immer auf mich. Lass mich endlich mal in Ruhe, du scheiss Vieh. Vier. Sehr gut. Okay, jetzt. Tätige hier. Muss ich ja auch was tun? Auf der anderen Seite. Glaub ich nicht. Okay. Eine Seite war der Generator. Ob's gleich, kann's nicht eh von mir fernhalten. Ah, schön. Jupp. So einfach wär's gewesen. So einfach wär's gewesen.